Wir sind beim Wetter angelangt, an diesem Mittwochmorgen. Ja, so schnell geht das, oder? Guten Morgen. Ja, die Sendung verfliegt. Ja. Ja, gestern tolles Wetter in Berlin, tolles Fußballspiel in Berlin, also unglaublich mal ihre Augen. Carsten kann mal nicht meckern. Nein, aber frag mich gerade, was uns jetzt der Mähdrescher sagen soll. Dass die Ernte schon beginnt und sich die Bauern aber dafür natürlich noch ein bisschen mehr Sonne wünschen und vor allem keinen Regen. Gut, ich bin jetzt kein Landwirt im klassischen Sinne. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt irgendwelche Zuschriften noch, was man da genau beachten muss. Ich werde gleich mal recherchieren und das dann in der nächsten Runde nochmal darlegen, ja? Ja, freuen wir uns. Ansonsten, wir können uns also wirklich in der Nordhälfte heute nochmals, oder wieder kann man sagen, auf einen schönen Sommertag freuen. Von Süden her wird es dagegen zunehmend schwüler, sodass die Schauer und auch Gewitterneigung dort zunimmt. Guten Morgen auch an Sie. Vom Atlantik bis nach West- und Südeuropa überwiegt heute tiefer Luftdruck von Skandinavien bis zum Schwarzen Meer, dagegen hoher. Wir liegen genau dazwischen. Ja, und somit wird also im Süden der Tiefdruckeinfluss langsam zunehmen. Im Norden und Osten bleibt es unter Hochdruckeinfluss hochsommerlich und trocken. Und die nächste Karte zeigt, wie es im Tagesverlauf dann aussieht. Also am Alpenrand starten wir schon mit einigen Niederschlägen, die sich dann weiter ausbreiten. Zunächst wird es im Südwesten immer gewittriger, bis zum Abend dann auch im Südosten. Gebietsweise können die Niederschläge dann auch unwetterartig ausfallen durch Hagel, Platzregen und Sturmböen. Am späteren Abend werden die Gewitter dann auch zum Teil die Mittelgebirge erreichen. Ja, nördlich des Mains bleibt dagegen den gesamten Tag über trocken und vor allem auch sehr freundlich. Bei weiter ansteigenden Höchstwerten, also in der Mitte zumindest mit bis zu 32 Grad, auch an den Küsten bekommen sie badetaugliche Werte weiterhin ja. Und die Temperaturen im Süden knacken zwar nicht die 30 Grad Mark, aber diese werden sich durch die schwüle Luft dann doch ganz schön drückend anfühlen. Und morgen ziehen die Gewitter aus dem Süden dann vor allem auch in den Osten lokal weiterhin mit einer gewissen Unwettergefahr durch Platzregen, Hagel und Sturmböen. Am Freitag wird dann eine Gewitterzone von West nach Ost über uns hinwegziehen. Ja, und wie es bei Gewittern aber so ist, es wird natürlich nicht jeden treffen. Zwischendurch kommt die Sonne auch ganz gut zum Zug. Ja, aber Donnerstag und Freitag, das sieht ja gar nicht gut aus. Das muss man ja schon sagen. Vor allem im Süden. Ja. Ne? Keine guten Aussichten. Lasst uns also lieber über den Miedrescher sprechen dann in der nächsten. Das ist toll. Gut, machen wir gerne. Danke dir. Vielen Dank.